Das ist schon frech. Tempo 68 ist wirklich unfair. Spezialbewegung muss ich fünf Sterne haben, ist klar. Beim Schießen fühle ich mich ganz klar richtig bewertet. 53, das passt eigentlich. Aber Pässe, das trifft es nicht. Ich habe 67 und habe normalerweise 93. Pässe ist 64, das geht eigentlich auch ein bisschen höher, weil ich einfach mit Drucksituationen auch umgehen kann. Ich würde gerne näher an die 80 kratzen. Ich hätte schon gerne so ein bisschen was über die 60, damit würde ich mich zufrieden geben. Ich habe gesamte 83, ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. 80 wäre schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017